Wer glaubt, Drachenbootfahren sei reines Vergnügen zur Entspannung, der irrt. Drachenbootsport ist internationale Wettkampfdisziplin. Am 29. Juni haben sich am Wolfsburger Allersee die deutschen Nationalteams der über 40-Jährigen zum Training getroffen. Manch Zuschauer in Amstrand mag sich zunächst gewundert haben, was genau ist Drachenbootsport eigentlich? Aline Andersen, Teamleiterin des Damenteams, gibt Auskunft. Also das Drachenboot ist ein großes Kanu, wo 20 Paddler drin sitzen, 10 Linke, 10 Rechte, eine Trommlerin und einen Steuermann. Wozu braucht man eine Trommlerin an Bord, damit es nicht langweilig wird? Die gibt den Rhythmus an und erklärt die Strukturen, zählt. Was waren die Trainingsschwerpunkte für die Einheit auf dem Allersee? Also wir wollen uns hier als Team zusammenfahren. Wir kommen ja aus vielen verschiedenen Vereinen aus Deutschland. Und heute ist Rhythmusfahren angesagt. Also gemeinsam Wasser packen, arbeiten. Matt Miller ist Teamleiter des Herrenteams. Dessen Trainingsziele sind ganz ähnlich. Ja, also das Trainingsziel ist natürlich zueinander zu finden, da wir aus vielen Vereinen aus der ganzen Bundesrepublik kommen. Und hier dann nochmal den Willen zu entwickeln, einfach zu siegen. Ein großes Team, das präzise aufeinander eingespielt sein muss. Dazu wurden die Trainings auf dem Allersee auf Video aufgezeichnet und im Anschluss dann per Videoanalyse ausgewertet. Das alles dient der Vorbereitung auf anstehende internationale Wettkämpfe. Also wir bereiten uns direkt auf die Weltmeisterschaft in Thailand vor. Okay, wann ist die? Die ist im August. Okay, ist das die letzte allgemeine Trainingseinheit vorher oder gibt es dann noch? Nein, wir werden uns jetzt alle zwei Wochen treffen bis Mitte August und dann wollen wir eine Medaille gewinnen. Ist das immer hier am Allersee oder werden Sie sich auch anderswo treffen? Nein, wir treffen uns also in ganz Deutschland, an verschiedenen Orten und machen es somit jedem mal recht, weil wir, wie gesagt, aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik kommen. Mit dem Drachenbootsport bekommt der Kanusport eine zusätzliche Disziplin, neben Kajak und Kanadier als Hauptdisziplinen. Warum sollte eine Person, die Interesse am Kanusport hat, ausgerechnet in den Drachenbootsport gehen? Weil man da ganz einfach nochmal ein Team bei sich hat und die Gemeinschaft dadurch gefördert wird und das einfach dann auch wirklich viel Spaß machen kann. Also grundsätzlich ist Drachenbootsport für jedermann gedacht. Allerdings muss man natürlich gucken, wenn man natürlich dann international fahren möchte, also dann macht es schon Sinn, vorher zumindest mit dem Wassersport in Berührung gekommen zu sein. Auch wenn das Wort Drachenboot zunächst nach Folklore und Brauchtum klingt, Drachenbootsport wird von den Beteiligten sehr ernst genommen. Und es ist womöglich eine der Wassersportarten, die am meisten darin trainieren, im Team zu arbeiten. Vielen Dank.